Nach ihrem Rückzug vom ARD-Vorsitz tritt Patricia Schlesinger auch als Intendantin des RBB zurück. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Jens Rieber. Wie der Sender am Abend mitteilte, legt die 61-Jährige ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Seit Ende Juni sah sich Schlesinger mit Vorwürfen über fragwürdige Beraterverträge, eine deutliche Gehaltserhöhung, einen luxuriösen Dienstwagen und Dienstessen in ihrer Privatwohnung konfrontiert. Schlesinger begründete ihren Rücktritt damit, Schaden vom RBB abwenden zu wollen. Sie hoffe, mit ihrem Schritt die Aufklärung der Vorwürfe zu erleichtern.